und autos ohne ende okay was habt ihr für also jetzt normale autos oder sind das eher so kräftigere autos wobei irgendwelche schweren anhänger auch mit ziehen kann oder sportwegens amies oldtimer masker sport geheil das ist das ist cool ich finde ja den mustang von ich glaube 67 war der von 67 den finde ich unheimlich klasse richtig geiles auto gefällt mir aber leider nicht mal preisklasse ich bin grad so unentschlossen wie noch nie jetzt habe ich dir die ganze erde und ich habe ja noch ein sand du hast mir hoffentlich nicht die ganze gegeben ich wollte nur bisschen kaputt 64 gleich in die vollen hat der dreck mein hemd mein letztes hebd geben ja so erwarte ich das auch würde ich ja auch tun wenn es denn das letzte wäre aber nur das letzte nicht warum lebt liebt jeder mustang das gut poni ich finde den schön also ich hätte gerne ein also so ist das nicht ich muss ja noch höher ich habe schon gedacht ich bin hoch genug mit dem dach da zieht von hier unten richtig geil aus ist erstaunlich spitz finde ich ja mal doch gut hingekriegt ja hast du gut hingekriegt du hast das gemacht den größten teil hast du gebaut ja aber du hast den anfang gemacht da hinten war ja ich bin auch im überlegen habe ich nicht jetzt doch noch mal wieder runter kraxel und hier überall erde hin mache wenn man hier wieder runter fällt das ist nicht gesund ich glaube das mache ich mal habe ich da was habe ich denn da gemacht den aber bevor ich das mache gehe ich mal ganz schnell für kleine mädchen machte schwimm nicht so weit raus ne ja ich geht mir mühe und jetzt brauche ich zaun für die tüchten tüchten ah oh oh Und jetzt kommen da die Wackeln drauf. Auch noch mal. Hier müssen wir ja 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 noch mal. Wackeln mehr. Hier müssen wir ja noch mal. Hier müssen wir ja noch mal. So aufwärts. Hier müssen wir ja noch mal. Hier müssen wir ja noch mal. Ich habe das Gefühl... Guck. Ja weg. Uh. So. Zack. Hast du Instagram? Äh. Nein. Habe ich nicht. Ich glaube wir auf dem Kanal haben es auch nicht. Äh. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier. Na ich meine auf unserem Kanal haben wir das auch nicht. Hm? Nee. Okay. Facebook haben wir. Twitter hatte glaube ich mein Bruder auch mal eingerichtet. Äh. Äh. Nee. Instagram haben wir nicht. Genau. Twitter und Twitch ist hier eingetragen. Wir haben aber auch noch Facebook. Ja. So. Dann nehmen wir jetzt mal einen Haufen Erde mit. Haben wir eigentlich noch. Super. Ja. 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 Warum ein trauriger Smiley? Instagram ist das so toll? Weiß ich nicht. Facebook reicht doch und... Ähm. Twitter. Ja. 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 route. Oh. Und wie viel geht das nach oben? 13. 12 und das. Weil ich dann mal die Autosätze zeigen kann. Ah. Ja, höchstens dann über unsere Facebook-Seite. Das wird mir schlecht, ne? Aber das haben wir nicht, Instagram. Ist auch, glaube ich, das, wo die Bilder 30 Sekunden lang oder sowas angezeigt werden, ne? Und dann wieder verschwinden oder so, glaube ich. Wenn ich da richtig liege, oder war das schon wieder irgendwas anders? Okay. Oof. ich muss ja noch ein bisschen war habe ich da einfach platten drauf gesetzt sind gar keine treppen wo meinst du das ende vom ersten stock an den fetten säulen da komme ich nicht klar wie ich das gebaut habe also da wo die steinmauer ist da ist keine treppe du hast diese umgedrehten treppen genommen das ist richtig aber da wo die säule hoch geht vorher auch da die stein treppe steinmauer dran ist da ist keine dran an direkt an der säule und auf den umgedrehten treppen und warte auf den umgedrehten treppen ja da ist der turm also nicht der turm das sind fenster fenster und diese gitter wie heißen die gitter also ich glaube jetzt diese eisendinger da diese eisensäule ich meine direkt das säulen kapitel ich glaube wir reden jetzt gerade ein bisschen aneinander vorbei vorbei ja 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 Vielen Dank.